So, jetzt möchte ich ein Lied vorsingen. Schön. Das war ja schon ganz witzig, ne? Cordula fährt LKW und das ist nicht gerade schlecht. Willst du sie versägen, dann denkt sie jetzt erst recht. Sie macht aus ihrem LKW ein wild gewordenes Pferd. Ist die Frau für Sperr und nicht die Frau für ein Herz. Cordula, die Gassen fährt. Cordula, Cordula, ist pünktlich da. Cordula fährt LKW, ist ne abgefahrene Braut. Sie sollt nur puren Whisky oder auch nur schwarzes Kraut. Klingt, ist gut, ist ihr Gorbett und ihr Mann, an den sie denkt. Und darum hat sie nie ihr Herz an andere verschenkt. Cordula, gib Gassen fährt. Cordula, Cordula, ist pünktlich da. Cordula, ist pünktlich da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020